Herzlich Willkommen zu einer neuen Buchbesprechung. Ich habe endlich mal eine Reihe fortgeführt und zwar geht es um Elfenkönig von Holly Black. Ja, ich habe das jetzt weitergeführt, weil es auch erst vor kurzem erschienen ist, aber das ist der zweite Band. Elfenkrone ist ja der erste. Wenn ihr wissen wollt, was in Elfenkrone passiert und wie es mir gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall einmal bei dem i vorbei. Ich verlinke euch da mal eine Buchbesprechung. Denn jetzt geht es um Band 2 und vorweg, für mich war das wirklich so ein typischer zweiter Band, wie so zweite Bände halt häufig sind. Aber trotzdem möchte ich jetzt erstmal ins Detail gehen. Also wenn ihr inhaltlich wissen wollt, was in Elfenkönig passiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und am Ende spoiler ich vielleicht nochmal das eine oder andere kurz, wo ich nochmal ein bisschen was zu sagen möchte. Aber der erste Anfang ist spoilerfrei, wenn ihr Elfenkrone schon gelesen habt. So viel muss sein. Ja, in Elfenkönig geht es jetzt weiter. Wir haben ja am Ende von Band 1 diesen epischen Abgang gehabt, dass Carden ja jetzt der Elfenkönig ist. Dass er regiert, allerdings mit Jutes Hilfe. Denn die hat ihm ja dazu gebracht, einen Schwur zu leisten, dass er auf sie hören muss und jedem Befehl entgegennehmen muss. Denn eigentlich möchte sie ja, dass ihr Bruder Oak auf dem Thron ist. Dieser wiederum aber noch sehr, sehr jung ist und erstmal in Sicherheit gebracht wurde mit Vivi in die Elfenwelt. Ach, in die Menschenwelt. So, weil wir sind ja in der Elfenwelt. Da gibt es natürlich genug Leute, die das gar nicht toll finden. Zum einen hatten wir ja den Bruder von Carden, der ja eigentlich den Thron besteigen wollte, der jetzt mittlerweile im Gefängnis sitzt, in einem Turm ganz weit außerhalb. Dann haben wir natürlich Carden, der das selber überhaupt nicht toll findet, dass man ihn so verarscht hat und dass der jetzt König ist und dass er auf Jude hören muss, die er ja überhaupt nicht ausstehen kann, weil sie ist ja ein Mensch und total widerlich. Und irgendwie hat er auch so ein bisschen Gefühle für sie, so was Anziehendes, was aber gleichzeitig mega widerlich ist. Wow, Probleme des Lebens, ey. Und wir haben Madoc. Den Vater, beziehungsweise den Stiefvater von Jude, der das herleitet und der auch überhaupt nicht wollte, dass das so seinen Ausgang nimmt, wie es ja jetzt endlich getan hat. Und das sind auch die ganzen großen Knotenpunkte in diesem Buch, dass natürlich alle eine Veränderung wollen. Und bei Jude läuft langsam auch die Zeit davon, denn dieser Schwur, den sie ja von Carden erhalten hat, der hält ja nur irgendwie ein Jahr und ein paar Tage, also nicht wirklich lange. Und die Zeit, die rennt. Was macht Jude, wenn sie nicht mehr das Sagen hat? Sie ist ja schon so ein bisschen machtgeil und muss da auf jeden Fall einen Weg finden, wie sie vielleicht weiter dran bleibt. Und genauso gut werden natürlich auch alle anderen nicht einfach tatenlos rumsitzen und warten, was passiert, ne? Gleichzeitig haben wir auch noch die Herrscherin des Meeres, die es sehr gerne sehen würde, wenn Carden die Tochter heiratet. Allerdings will sie einfach nur über beides herrschen, über Meer und über Land. Und da könnte es auch so einige Krisen geben, einige Probleme. Denn ich glaube nicht, dass die beiden sich so einfach, ähm, ja, zwingen lassen zu heiraten. Auf jeden Fall ein riesen, riesen Hin und Her. Und in diesem Buch gibt es auf jeden Fall auch ein bisschen Verrat natürlich, wie es in solchen Geschichten üblich ist. Der Verrat hört in Band 1 nicht auf. Denn Jude, auf wen kann sie sich wirklich verlassen? Wer ist ihr noch, ähm, ja, treu ergeben? Und wer spielt ein dubioses Spiel mit ihr? Da gibt es also ein paar, die sie am liebsten nicht mehr an der Seite des Königs haben wollen. Und ein paar, ja, werden auch ein bisschen aufmüpfig. Ich sag euch, es ist auf jeden Fall eine Menge, die hier wieder passiert. Ich finde den Schreibstil und die Art und die ganze Welt genauso toll, wie sie auch in Band 1 war. Ich hab mich da wirklich reinfallen lassen können. Und es ist irgendwie schön. Aber es war ein wenig zäh und ein bisschen langatmig. Und das ist ja das, was in so zweiten Bänden leider sehr, sehr oft der Fall ist. Weil nun mal eben die Geschichte vorwärts gebracht werden muss. Damit es dann in Band 3 wahrscheinlich nochmal richtig fett knallt. Es gab auf jeden Fall ein paar Szenen, die ich richtig gut fand, wo ich dachte, okay, jetzt passiert auch mal was. Allerdings, wie gesagt, war es manchmal sehr schlapp, so vom Ablauf. Und dann gibt es außerdem noch eine Sache, die ich gar nicht richtig in Worte fassen kann. Aber manchmal fand ich, dass die, wie Holly Black erzählt hat, wirklich eben so erzählend war. Dass sie die Story so schwappend, erzählend rübergebracht hat. An manchen Stellen hat sie einfach erzählt, was früher war. Hat so Gedankensprünge gemacht bei Jude. Und plötzlich ist aber das, was sie jetzt gerade wirklich macht, so in einem übergeschwappt, das man gar nicht mehr wusste. Das war so ein Ablauf. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber irgendwas hat mich da beim Lesen manchmal doch so ein bisschen irritiert. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich meine, am Ende, natürlich, Halleluja, geht es da wieder ab. Ich meine, wir haben Band 1 hoffentlich alle gelesen. Da weiß man, dass die Enden ihrer Bücher immer ganz schön heftig sind. Und das war auch definitiv hier der Fall. Sodass ich natürlich sehr, sehr gespannt bin, wie es in der Geschichte weitergeht. Und deswegen muss ich jetzt noch wieder ein bisschen warten, bis der dritte Band erscheint. Aber ich warte und ich werde berichten. Ich werde auf jeden Fall lesen. Also das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. Ohne Schutzumschlag ist das Buch auch wieder einfarbig mit dem Aufdruck. Und was ich ganz lustig finde, das ist wirklich überhaupt nicht beabsichtigt gewesen, dass mein Nagellack richtig geil zu dem Buch passt. Ja, aber das nur am Rande. Das ist, worüber man sich freut plötzlich, wenn man das spontan sieht. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr Elfenkönig schon gelesen habt und wie euch das so gefallen hat. Denn jetzt möchte ich ein bisschen noch ins Detail gehen. Ich möchte ein paar Stellen mehr rauspicken, wo ich noch ein bisschen was zu sagen möchte. Aber das wäre eben ein Spoiler, wenn ihr das noch nicht gelesen habt. Und das soll euch auf keinen Fall spoilern. Also schaltet jetzt ab, wenn es soweit ist. Ansonsten herzlich willkommen in meiner Spoiler-Runde. Es gibt ein paar Themen, die ich noch ansprechen möchte. Fangen wir doch einfach mal mit der Schwester von Jude an. Irgendwie werde ich mit der einfach überhaupt nicht warm. Es war ja in Band 1 schon so, dass sie irgendwie voll komisch war. Und die ganze Story mit Locke und so war ja einfach total seltsam und weird irgendwie. Aber es wurde ja jetzt hier nicht besser. Man denkt am Anfang irgendwie, okay, die beiden kommen sich jetzt wieder näher. Und irgendwie, ja, so, man ist ja, man ist halt die Schwester und irgendwie ist dann halt eine Verbindung da. Aber man hat das Gefühl, ey, was ist mit der? Dass die am Anfang, also dass die einfach so auf Locke steht, obwohl Locke so ein Riesenarsch ist. Und Locke, hier Jude ja auch am liebsten immer umbringen würde. Wer heiratet denn sowas, wenn man, also wenn jemand meine Schwester umbringen wollen würde, dann würde ich den doch nicht heiraten wollen. Ich meine, was zur Hölle geht da ab, ne? Was, warum ist die so verblendet? Und dass sie dann am Ende ja tatsächlich auch noch Verrat begangen hat, weil sie ja, wo Kaden unter Gift stand, so getan hat, als wäre sie Jude. Das ist alles so, hätte ich nicht gedacht, dass sie dann doch tatsächlich noch so tief abdriftet und Jude so hart verrät. Und genauso nicht vorhersehbar war ja der Verrat von Bombe. War das Bombe? Ich weiß irgendwann gar nicht mehr. Ich habe einer von den dreien auf jeden Fall. Irgendwie denkt man die ganze Zeit, man kann denen allen vertrauen und dann kommt sowas. Aber ziemlich blöd. Also was ich irgendwie gar nicht mochte, war einfach die ganze Szene, wo Jude unter Wasser war. Wo Jude von dieser Meereskönigin da gefangen wurde und die Tochter da den Larry hat raushängen lassen. Und ja, der Bruder von Kaden, der ja König werden möchte, der ist einfach nur widerlich. Und bäh, Gott, hat der mich aufgeregt. Ey, das ist so ein richtiger, man merkt, das ist so ein richtiger Loser eigentlich, der alleine nichts hinbekommt, aber trotzdem denkt er, wer der geilste. Und Gottes Willen. Also nein, wir werden auf jeden Fall keine Freunde. Aber ich fand es halt schön, das Ende. Das war einfach so cool, dass Kaden und Jude jetzt heiraten. Dass sie sich dann doch irgendwo näher kommen und trotzdem natürlich noch eine Zweckgemeinschaft auch daraus machen. Das ist ja irgendwie beides. Es profitiert gut und es ist auch für die Gefühle gut. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie es wirklich weitergeht. Ich habe echt keinen Schimmer, wohin uns das noch führen wird. Ich hoffe nur, dass, wie gesagt, Band 3 ein bisschen spannender wird und nicht ganz so zäh dann. Dass es bitte direkt von Anfang an mal ein bisschen Feuer gibt und nicht erst das Ende alles rausholen muss. Aber ansonsten fand ich es halt wirklich gut. So 3,5 bis 4 Sterne habe ich dem ja gegeben. Und ich warte auf den nächsten. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch von Elfenkönig erzählen wollte. Falls ihr sonst noch irgendwas habt, worüber ihr mal gerne reden möchtet, gerne ab in die Kommentare. Nur nicht so gerne spoilern. Schreibt da fett Spoiler vor oder sowas. Oder schreibt mir einfach privat auf Instagram. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich lasse euch noch zwei andere Buchbesprechungen hier. Vielleicht interessieren euch die Bücher ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!